Willkommen bei einem weiteren Video von Mathematik macht Freude, Freunde. Ihr habt im Intro Video eine Zusammenfassung der grundlegenden Rechengesetze, also das Vertauschungsgesetz, Verbindungsgesetz, Verteilungsgesetz und die Klapustrie-Regel kennengelernt. In diesem Video schauen wir uns die Klapustrie-Regel etwas näher an. Die Klapustrie-Regel oder auch Klammer vor Punkt vor Strich-Regel wird manchmal auch Vorrangregel genannt und bedeutet, dass Rechnungen immer in einer gewissen Reihenfolge gerechnet werden. Klammern immer als erstes, anschließend die Punktrechnungen, also Multiplikation und Division und zum Schluss erst die Strichrechnungen, also Addition und Subtraktion. Ich rechne also in einer gewissen Abfolge, nicht nur von links nach rechts, nämlich zuerst die Rechnungen in der Klammer, dann die Punktrechnungen und zum Schluss die Strichrechnungen. Notiere dir das am besten und pausiere dafür das Video. Diese Regel ist die Basis für die Verknüpfung aller Grundrechnungsarten und sollte daher möglichst gut verstanden und viel geübt werden. Sehen wir uns dafür also gleich ein Beispiel an. 25 mal in Klammer 2 plus 2 mal 5 minus 8. Als allererstes rechne ich mir die Klammer aus. Dafür blende ich alles außerhalb der Klammer erstmal aus. In der Klammer selbst gilt erneut die Vorrangsregel. Also rechne ich auch hier zuerst die Punktrechnung. Bei 2 mal 5 kommt mir hier 10 heraus. Nun kann ich in der Klammer alle Strichrechnungen von links nach rechts durchführen, also 2 plus 10 minus 8. So komme ich in der Klammer auf 4. Zum Schluss führe ich die letzte Rechnung durch. Die Klammern darf ich nun weglassen. Die letzte übrige Rechnung, 25 mal 4, ergibt nun 100. Was passiert nun, wenn in einer Klammer eine weitere Klammer vorkommt? Schauen wir uns diese Rechnung dafür an. Dann gehen wir ganz logisch gesehen in der richtigen Reihenfolge vor. Als erstes wird die Klammer berechnet. Wenn in einer Klammer eine weitere Klammer steht, wird diese auch wieder zuerst berechnet. Also wird als erstes die innere Klammer ausgerechnet. Und man arbeitet sich dann nach außen vor. In der innersten Klammer komme ich auf ein Ergebnis von 8. Nachdem diese Klammer berechnet ist, rechne ich die nächste äußere. In der nächsten Klammer komme ich auf ein Ergebnis von 2. Zum Schluss bleibt mir 16 mal 2 über. Und das ist natürlich 32. Aufpassen muss man bei der Klar-Pust-Ri-Regel vor allem mit den Vorzeichen. Sieh dir dafür die folgenden Vorzeichenregeln an. Kurz erklärt gibt es drei Regeln. Erstens, eine Multiplikation mit einer negativen Zahl verändert das Vorzeichen, nicht aber den Betrag. Zum Beispiel bei 5 mal minus 3 kommt dasselbe raus wie bei minus 5 mal 3. Im Endeffekt weiß ich, die Zahl ist negativ. Und der Betrag ist 3 mal 5, also 15. Das Ergebnis lautet daher minus 15. Zweitens, wenn ich zwei negative Zahlen miteinander multipliziere, z.B. minus 5 mal minus 3, dann hebt sich das negative Vorzeichen auf. Es wird also ganz sicher eine positive Zahl herauskommen. So ergibt minus 5 mal minus 3 dasselbe wie 5 mal 3, nämlich 15. Die dritte Vorzeichenregel, auf die du aufpassen musst, ist folgende. Eine Addition mit einer negativen Zahl wird zu einer Subtraktion. So rechne ich bei 5 plus minus 3 einfach 5 minus 3. Dabei kommt mir 2 heraus. Notiere dir diese Regel noch gleich, damit du sie nicht vergisst. Glaubst du, du hast die Klappusdrehregel verstanden? Dann schau dir folgende Gleichungen an und sage mir, welche stimmen und welche nicht. Pausiere dazu das Video. Die Antwort kannst du danach vergleichen. Diese Gleichungen waren richtig. Diese waren falsch. Nimm dir nun einen Zettel und einen Stift. Schreibe die folgende Rechnung ab und versuche sie selbst mit der Klappusdrehregel zu lösen. Welche Klammer rechne ich zuerst? Die innere oder die äußere? Muss ich in einer Klammer selbst zuerst die Punkt- oder die Strichrechnung durchführen? Pausiere dafür das Video. Die Lösung kannst du danach vergleichen. Das wäre eine Möglichkeit die Rechnung fortzuführen. Hier habe ich in der innersten Klammer zuerst die Punktrechnung durchgeführt. So komme ich bei 2 mal 41 auf 82. Anschließend führe ich in der innersten Klammer noch die Strichrechnung durch. Bei 88 minus 82 komme ich hier auf 6. Nun rechne ich in der äußeren Klammer weiter. Auch hier führe ich zuerst die Punktrechnung durch. 39 durch 3 ergibt mir hier 13. Jetzt fehlt mir nur noch die Strichrechnung in der Klammer. 13 minus 6 ergibt mir hier 7. Nachdem ich jetzt die Klammer komplett fertig gerechnet habe, kann ich sie weglassen. Bei 12 minus 7 kommt mir hier nun 5 heraus. Hast du dasselbe Ergebnis? Ich hoffe das Video hat dir weiter geholfen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss!